so meine hier willkommen bei ls-17 und ihr habt ihr letzten folge gesehen dass wir hier ein schlachthof und platziert haben und da ist mir ein kleines missgeschickt passiert und zwar dieser trailer hier beziehungsweise dieser viehauflieger der ist leider der falsche dann bringen wir den mal wieder hier jetzt zurück laden quasi die schweine ab und fahren dann quasi zum händler und holen uns da den richtigen trailer naja passiert ist auch denke mal nicht weiter schlimm aber hauptsache ist wir kriegen das schon hin so müssen mal gucken dass wir hier auch wieder heile ankommen weil hier kommen mir gleich die leitplanken da wollen wir ja nun gerade nicht gegen fahren so müssen wir schnell hier rum fahren und die schweinchen wieder abladen so hängen geblieben so kriegen wir schon das tivo nur auf oh was ist denn das jetzt schon wieder stopp okay hmm dann fahren wir mal den hier an die seite und kümmern uns da mal ein anderes mal drum ist bis zum mäuse melken okay jetzt nicht und wir gucken mal da nicht sondern hier schnell mal durch ja wir haben reichlich fahrzeuge so die haben wir jetzt hier zurückgesetzt gucken mal schnell mal weiter durch da war noch ein trailer mein kraus hier durchzutrutschen mein kraus hier durchzutrutschen und da sagt so dann fahren wir den wie gesagt erstmal hier an die seite dass das hier mit dem abladen jetzt nicht funktioniert verstehe ich auch nicht das geht das geht dem aufladen naja naja so stellen wir mal hier hier so ab so fahren wir hier mal rum fahren wir hier mal rum und fahr mal an den feed trailer dran naja so ist das wenn das halt nicht so funktioniert wie man sich denkt oder auch ein häkchen vergisst zu machen oder auch zwei bis ja nicht weiter will so war zu weit so damit wir die anderen hier nicht tauschieren schon zu spät so mal bloß noch ein bisschen weiter ausholen und dann fahren mit denen jetzt hier unsere schweinchen das ist nämlich ein doppeldecker so so hoffentlich funktioniert das auch so wie ich mir das denke 38 stück passen hier auf so und dann fahren wir mal mit denen 38 schweinis die hier mal mal Denkt man schon. So. Wir fahren wie gewohnt wieder zum Schlachthof. Denn beim letzten Mal ging das leider nicht. Weil wir den falschen Trailer hatten. Wir fahren heute hier mal an. Wir setzen uns mal wieder rein. Und genießen die schöne Aussicht. Ich hoffe, das Schwein geht hinten auf dem Trailer gut. Nicht, dass sie so arg durchgeschüttelt werden. Der LKW sieht auch... ...nice aus. ...muss man die Mutter ja lassen. Das kann er. So, dann sind wir hier gleich am Schlachthof angekommen. Wir können ja, sag ich mal, ein paar Schweine... ...oder wir bringen nicht alle zum Schlachter. Ohne Zwischenstationen. So, dann schalten wir hier kurz wieder um. So. Wir müssen dann wieder rangieren. So. 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 und es ging super schnell und jetzt werden wir mal hier so, das war das mit den Dingens hier und jetzt können wir die Schweine nämlich immer schön zum schlechter bringen beziehungsweise unsere Schafe, die wir nicht mehr brauchen oder Kühe hier zum schlechter und das soll es denn hier für heute erstmal gewesen sein lasst ein Abo da oder einen netten Kommentar oder auch ein Like ok Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder tschau